Guten Tag, ich möchte gerne Ihnen das neue Gerät von EXO-Care vorführen, die EXO-Flow. EXO-Flow ist die neueste Entwicklung in einer 70er-Jahre-Geschichte mit Dentalgeräten. Bisher waren wir am meisten bekannt für unser Ergonomie-Konzept. Wie wir sagen, gut sitzen, gut sehen und gut arbeiten gleichzeitig. Aber warum kauft ein Zahnarztpraxis ein Gerät? Also die kaufen es nicht, weil es gute Ergonomie hat, die kaufen es, weil sie Zähne behandeln müssen. Und dafür haben wir viel mit der Benutzerüberfläche gearbeitet. EXO-Flow ist ein Gerät, das es einfach für die Behandler mit optimalen Instrumentenparameter zu arbeiten. Zum Beispiel nehme ich ein Instrument nach vorne, habe ich eine Voreinstellung, das wir Präparation nennen. Welche Voreinstellung wähle ich? Polierung, Eskavation, Finishing, was weiß ich. Und den Fußanlager aktivieren und das ist alles. Das macht es sehr einfach zu bedienen. Eine andere Sache, die sehr wichtig mit EXO-Flow ist die Integrationsmöglichkeit. Weil wir haben die Navigator, das ist ein Touch-Bildschirm mit Apps, also wie auf einem Smartphone. Ich kann eine App aktivieren, zum Beispiel diese hier. Mit nur einem Klick kann ich das ganze Gerät umstellen zu einem anderen Benutzer. Und wenn mehrere Geräte in ein Netzwerk verbunden sind, wird das automatisch replikiert dieser Information an die anderen Geräte. Man wählt einen Zahn und dann kann ich sehen, wie soll ich den Patientenskopf positionieren, wie soll ich mich selbst positionieren und wie soll ich Fingerstil und sowas haben. Und das ist alles, um gut zu sehen, gut zu sitzen und gut zu arbeiten, gleichzeitig. Wir sagen, dass EXO-Flow eine Service-Lifetime von 20 Jahren hat. Natürlich haben wir hier jetzt einen Bildschirm drinnen, einen taktilen Bildschirm. Und die Frage stellt sich, können wir das damit garantieren? Erstens muss man mal dazu sagen, dass EXO eine dänische Firma ist und die verstehen was von dem Lego-Baukonzept. Und so ist auch die EXO-Flow aufgebaut. Die EXO-Flow hat praktisch ein Lego-Baukonzept, wo jeder einzelne Bauteil extra gesondert ausgebaut werden kann, falls es Probleme gibt. Des Weiteren haben wir den Bildschirm der EXO-Flow eine Standardgröße genommen, die in der Industrie zum größten Teil für alle Applikationen verwendet wird. Das ist ein 17-Zoll-Bildschirm, den gibt es im Massenbetrieb. Der wird also lange Zeit sozusagen existieren. Und wir haben im Design von der EXO-Flow sichergestellt, dass es gewisse Spiel gibt auf beiden Seiten. Das heißt, man hat einen Abstand und man kann, wenn einmal ein anderer Bildschirm kommen sollte, der ein bisschen verschiedene Größe hat, kann man den leicht auch reinpassen. Somit garantieren wir die 20-jährige Service-Lifetime von dieser Einheit. EXO bedeutet Extraordinary Densistry auf Englisch. Also ausgewöhnliches Zahnheilkunde. Und ich glaube, dass wir versuchen immer unsere eigenen Wege zu gehen, was wir versuchen zu machen, was wir glauben. Die richtige Lösung ist nicht, was die anderen. Wir versuchen nicht zu kopieren, was die anderen machen. Sonst versuchen wir unseren eigenen Weg zum richtigen Ziel zu finden. Das ist das Achtung. Wie ein Ziel. Willkommen bei einemerausние Bordern stoppen? Das ist das gonnaaken. Wir haben einen mirauch 가격.